So viel war ja hier nicht. Das heißt, wir wollen jetzt einfach mal folgen. Wir öffnen den. Öffnen das. Nehmen die Axt mit. Danke. Das Ding ist, ich bin halt einfach blöd gelaufen, um ehrlich zu sein. Da ist auch noch was drin. So. Was? Auch hier noch. Okay. Wollen wir sie aber mal reinwürfeln. Mit der 30 einfach mal weggewürfelt, würde ich das nennen. Geh bitte mal ein Stückchen vor. Danke. Danke. Hier haben wir überall Traps. So. Hier würfeln wir einmal rein. Das geht sehr gut. Ich muss hier noch alles mitnehmen. Ist noch. Da ist schon. Oh, hier brauchen wir schon eine 15. Okay. Reicht aber? Ich muss hier mal gucken, dass sie irgendwie auch Fallenentschärfungsdreck zeigt oder so was. Oh. Ja. Ja. So. Hier sind jetzt drei Schritte. Fangen wir damit an. Damit die beim Durchlaufen keiner auslöst. Der wir mal zu sehen. Ich kann mich einfach mal auf den Kopf gehen. Ich kann mich auch auf den Kopf sehen. Mal kritisch hin. Na gut. Reicht auch. So, vorne dann wieder auflassen. Wir geschlagen, einer von euch allen wird es krank. Denk ich doch mal. Reicht aber auch. Mhm, das ist ja hier sehr gut. So, zack, zack, zack. Das noch auch. Oh, perfekt. Ah, wir rennen hier durch gerade. 21, perfekt. Na gut. Aber. Hm, hm, hm. Äh, hm. Apropos Streitköpfen, warte mal. Mit Blutflecken, Tau. Ähm. Wir sind schon wieder bei 120 Lasten. Ich muss dann aufpassen. Ähm, wo ist denn da? Den würde ich gerne geben. Und zwar Schatten. Also, gucken. Ja, das ist genau der gleiche, die die auch schon hatten. Aber sie können die trotzdem weiterhin behalten. Das ist ja nicht schlimm. Gut. Daddy. Ja, komm mit. Ja, warte. Okay. Okay. Die anderen sind alle da. Die anderen sind alle da. Sehr schön. Dann kann man jetzt hier noch runter. Brauche ich jetzt nicht irgendwie mal wieder mit dem ganzen Wechsel da machen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie schnell reagiert das Ganze. Ähm. Ja, aber das ist auch nicht das Problem. Das ist gut. Das heißt, wir gehen mit dem Main-Charakter. Ähm. 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 Warte mal. Dafür müsste ich das aber anders machen. Wir teilen uns jetzt auf. Wir nehmen als erstes mal Sten hier. Weil der kann nicht hüpfen. Er darf einmal ganz hier vorne nur drauf springen, damit die anderen nicht hinterher kommen. Das ist halt kacke. Stopp. Ach. Okay. Das ist jetzt natürlich kacke, weil das in dem Ding uns jetzt nicht funktioniert. Was aber nicht so schlimm ist. Ich will eigentlich auch gerade nur das Ding da in der Mitte haben. Ähm. Bei der ist mir am wichtigsten erst mal. Ähm. Teddy steht noch da oben. Das ist aber okay. Ach, ich bin jetzt überladen. Ähm. Egal. Das ist jetzt erst mal gerade halt so. So. Weil die schon überladen sind, ist das eh egal. Oh Gott, so haben wir die Zeit hier. Und so haben wir die Herren. Dann möchte ich tatsächlich doch nochmal ganz kurz gucken, dass ich so ein bisschen was schweres habe. Ich habe noch Platz. Ich habe immer so die Frage, die ich mir stelle. Warum? Oh Gott. Was ist das? Hm? Okay, das Ding ist jetzt halt, ich müsste halt jetzt, damit ich da rüberkomme, ähm. Ich glaube noch nicht mal, dass du mir das was bringt, darüber zu kommen. Ich meine, ich kann dann, das Ding hier wahrscheinlich nach vorne bewegen, dann von da hinten aus, aber I don't know. Wir gehen mal lieber wieder erstmal runter. Bekonom ist abgehauen. Dann kann ich dann unten schon mal wieder ein bisschen Stuff verkaufen. Hier oben ist jetzt alles safe. Achso, kommen wir eigentlich... Wir eigentlich nicht diesen Turm irgendwie hoch. Was da hätte ich gerne eigentlich, aber naja, das geht verschlossen, die Truhe, ne? Gut, äh, wir gehen mal erstmal wieder runter. Wir können ja auch einfach den ganz schnellen Weg nehmen und einfach den hier machen. Jetzt ist Teddy auch wieder dabei. Ah, nein, mit ihr wollte ich gar nicht reden. Ja, wollte ich reden. Klar, nach. Wie lange, wie lange du dauernst. Lassst du die gleich mal mit meinem Ege? Ich will das Schatten neu die Vergangenheit vergessen sein. Das hatten wir schon. Äh, wir haben den. Äh, weg, weg, weg. Was hatten wir? Was hatten wir? Mittlere Rüstung, 14. Ähm, das hatten wir mal nochmal kurz. Äh. Das, äh, die Adamant-Schlacke gebe ich definitiv nicht weg. Die auch nicht. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das werde ich definitiv nicht verkaufen. Töner kann er haben, das war's, sondern diese ganze. Willkram, den kein Mensch hat eigentlich Eintrinken. Nein, hat er nicht. Natürlich. Perfekt. So, und irgendwie. Ah, aber er hat wichtiges Werkzeug. Das hätte ich gerne. Steves Werkzeug hätte ich gerne beides. Und das war ein Erschärfungswerkzeug. Hätte ich sicher, jetzt aber beides. Das ist 150 für eine Rolle der Wiederbelebung. Yo. Hm, hm. Geh, noch haben, ne? Hatten zumindest mal jeder. Ha, natürlich. Okay, ähm. Das Schatten kann auch noch weg. Hm. Er trägt leichte Rüstung. Er trägt mittlere Rüstung, ne? Er hat aber Rüstungsklasse 15 auf dem Ding. Rüstungsklasse 12. Oh, Bruder. Das wäre dann erst einmal alles. Ich lag da runter. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir hier gleich... Nee, alle verschlossen, ne? Was spielt's halt vor? Oh. Dann entschärfen wir das nochmal. 20 brauchen wir. Uiuiuiuiuiuiuiui. Äh... Ja, bleib. Habe ich sich trotzdem verschlossen? Oh, die sind natürlich alle. Nimm mir weg! Oh mein Gott, drei gleich. Äh... Welches Level und wie viel leben? Drei und... 58. Ach du Scheiße. Okay, wir sind hier jetzt im Vorteil. Das heißt, wir können... Einmal nicht mit der hättigen Nackermann. Ich habe 11 Schaden gemacht. Okay, wir müssen uns schnell von einer Mimik verabschieden. Wenn das funktioniert, dann könnte das mal funktionieren, eventuell. Let's finish this. Hm. Mimik sind keine Untoten. Ich ziehe aber einen Zauberplatzstufe ein. Ich weiß halt nicht, auf wen die gehen. Ähm... Anders? Und ich weiß nicht, wie viel Schaden so eine Mimik macht. Cool. Okay. Andere Mimik wird halt von da oben kommen. Das ist halt kackig. Es ist für mich jetzt... Weil ich habe echt keinen Platz. Äh... Oh, wo ist eigentlich mein Tiddy? So. 10 Schaden und Säure. Ach, du Kacke. Waffe gestohlen? Gestohlen? Oh. Das könnte jetzt lustig werden, glaube ich. Ähm... Mhm. Okay. Ähm... Kein Ding ins Flöten geht. 1 bis 8 Schaden. Victory awaits. Das war Mimik Nummer 1. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wir keine Waffen haben. Jetzt macht es halt richtig schwierig. Ähm... Warte mal, aber wir können offiziell noch... Ah! Das Vieh hat nur meine Mainhandwaffe gefressen. Er hat abgeschlossen. Ich hätte das Mark erneuern sollen. Es ist ein Räder. Na, Mimik? Oder auch nicht. Jetzt sag mir bitte nicht dies verpacken. Das war ordentlich. Äh... Als erstes mal meine Mainwaffe wieder hier. Äh... Zusatzdingens angreifen. Wir haben nochmal... Okay. Die Mimik da oben ist dann gleich einfach nur noch, äh... Ja, Garten. Danke. Genau. Das war's für das. Mhm. Das Problem ist bei mir ja jetzt halt nur, dass ich... und... Deswegen schaden, habe ich jetzt viel gemacht. Sehr gut, die da oben, die Mimik ist immer noch buggy, das ist okay. Da müssen wir jetzt aber nur Zeit verstreichen lassen, bis die fertig ist. Hast du gewissen, das ist okay. So. Das wäre dann die. Ja, ich müsste gegen das Zielvorteil sein, aber wenn die da oben einfach buggy weiter rumdümpelt, dann machen wir halt einfach rum. Das ist ja kein Problem. Jetzt wieder zurück. Ich werde die Position hier jetzt gerade nicht ändern. Das sind aber komplett irrelewante. So, jetzt mal das Hunter-Mark. Pläsen wir mal das Hunter-Mark. Dann darfst du die hier mal plündern und mir einmal kurz alles holen. Dann darf ich im Kampf meine... ausrüsten. Meine Armbrust. Das ist perfekt. Da bin ich zunächst, was aber okay ist. Oh, jetzt darfst du ja auch mal wieder... Ach so. Jetzt darfst du auf einmal wieder, oder was? Jetzt geht's ja wohl los. Äh... Provozieren. Schade. Mhm. Ich war klar... Dann mach ich den Kampf einfach. Krass, dass ich tatsächlich nicht gegen die Mimics einfach gewinne. Das ist halt schön. Gefällt mir. Hier können wir einmal ganz kurz segnen. Windlecker. Ach, das ist Säure. Ja, okay. Gut, Säure kann ich. Das ist natürlich ärgerlich. Dann... Oh, nein. Hm... Mh... 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 Ich brauche eine Chance. Ah, kriegst du hier Schaden gemacht. Okay, jetzt wird es interessant, jetzt ist das Szenar genug dran, dass ich das einfach von dir wegkaukt habe. Okay, na gut, dann nicht. Oh, jetzt ist es im Nachteil. Leider ein Fehlschlag gewesen, schade. Das war nicht für ein Schaden. Das war nicht für ein Schaden. Das ist eine blöde Seite, kacke. Das war nämlich schon mal sechs Schaden. Tyrion, darfst du den mal töten? Danke. Vielleicht den bitte plündern? Danke. Oh, schöne Handschuhe. Die Mimic hatte gar nichts drinne? Das ist verschlossen. Das ist ja ärgerlich. Aber hey, wir haben da immer noch was rausbekommen. Und zwar noch mal neue Handschuhe. Den könnten wir tatsächlich mal an Schattenherz geben. Hier? Minisinger-Wunder. Rüstungsklasse wird um eins erhöht. Okay, okay. Bad Handschuhe. Hm. Was war das, dass wir Gale geben wollten? Aber da nichts Gutes rausbekommen, ne? Wir können jetzt mal Schattenherz gucken. Woher kann ich ihn denn tun? Summer, zwei bis sieben, zwei bis elf. Irgendwann kriegst du auch einen Kriegsermann umgeübt. Na gut. Wieder wieder zurück an mich, damit man verkaufen kann. Okay, was jetzt? Hochklettern. Die anderen alle hinterher? Eins, zwei, drei. Teddy noch nicht. Natürlich nicht. Die Vergangenheit ist näherer, als wir denken. Wir sehen, was du hast. Hier, ne. Stimmt's. Die haben wir auch noch. Das kommt weg. Das kommt weg. Wir brauchen allesamt. Dankeschön. Das kannst du auch noch haben. Und hier, Erbemittel. Blast grün. Mhm. Okay. Aber, ich werde an der Stelle... Aber ganz kurz, wenn ich... Ich meine... Tiefe-Begleiter auflösen hier. Na gut. Ähm. Genau. Ich werde an der Stelle dann für heute hier einen Cut mit. Ähm. Ja. Baldes Geld machen. Wir sehen uns. Bis dann in der nächsten Folge. Erst wieder. Bis dann. Reinge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.